Sterb doch! Allesamt auf den drauf. Oh, Saiya hat nicht mehr so viel Energie, aber der Kollege hat noch 22 Prozent. Medipack, 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 gut, dass wir noch eins haben. Komm! Jetzt gehe ich schlafen. Boah. Der war doch eine Wucht. Uh, Manhattan hat die Rüstung erhalten. Okay. Er hat auch viel Arbeit hier gemacht. Ich lade mal schnell meine Energie auf. Oder auch nicht, denn wir werden schon wieder angegriffen. Okay. Okay. Credits. So, jetzt gucke ich mal kurz nach. Ich habe nämlich 60 Minuten lang, okay. So, jetzt haben wir erstmal genug Stints hier. Bunny stinzen. Gerne doch. Ich helfe doch immer gern. Da sind die Kapseln. Antriebsdeck. Da sind wir doch. Oder auch nicht. Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Okay, die Musik bedeutet nichts Gutes. So, ich schwöre mich mal um den Sanitäter. Geschafft. Statt ihn nicht einfach aufgeben. So, eins von vier deaktiviert. Los, Freunde. Immer wenn ich die Skills benutzen will, werde ich verprügelt hier. Beziehungsweise dann sterben die schon. So, den hat er immer umgeklatscht. Ja, Freunde, ich brauche Hilfe. So. Mann, 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 Mann. Teamwork, Freunde. Teamwork. Oh, da steht schon wieder so ein Mörder-Druhige. Ich lade jetzt noch schnell Energie auf. Oder auch nicht. Es zischt. Es raucht. Es explodiert. Zerstört. Das hätten wir dann auch noch. 3 von 4. Oh, da oben liegt eine Kiste. Und kampf nicht möglich. Vielleicht haben wir auch mal ein bisschen Glück und bekommen was schönes. Zum Beispiel eine Hose. So, da setten wir schon mal. Jetzt gucke ich nach oben noch die Kiste an. Oh, da ist aber ein Brocken. Da ist wieder Teamwork befragt. 65% Energie hat er noch. Na komm. Ich sterb. Da gehen Sie in die Quest auf... ...Humund Kars gar nichts. Geschafft! Boah! Schufe 12 erreicht. Juhu. Probe. Wir kriegen nur immer die Auszeichnungen. Wow, die haben wir gekriegt, die Probe. Ach cool. Können wir die denn auch benutzen? Ich wette nicht. Doch können wir wohl. Ah, die ist aber nicht so gut, oder? Mal ausprobieren. Yes. Aber wir kriegen einfach zum Frecken keine Hose. Äh, nee, 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 nee. Ich weiß, die, ähm, die Rüstung ist eigentlich stärker, deswegen sollte ich die erstmal noch benutzen hier. Und dann können wir die Kutte vielleicht mal verkaufen. Ich wollte nochmal gucken, wie es aussieht. So. Wir nähern uns unserem Ziel. Wer sich wundert, warum ich immer noch keine Hose habe, es ist, ich nehme gerade hier eine Mutantenfolge auf, ja, also nicht wundern. Das ist eine Aufnahme. Das ist eine Quest, die ich die ganze Zeit hier spiele. Das ist ein Flashpoint. Aber mit Level 13 können wir uns endlich Hosen kaufen. Boah, der Techniker ist aber geflogen. Heidewitzka. Schub's nämlich weg. Gute Nacht. So. So. Mein Energie wieder aufladen. Duftet. Ja, wer fehlt denn noch? Wenn hätte, du musst auch noch drücken. Oh, ich denke mal, hinter der Tür wird uns etwas sehr Imposantes erwarten. Denn er sagt... Die Musik ist auch schon sehr... Oh, 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 oh. Ich habe kein gutes Gefühl, Freunde. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich bin eigentlich... Immer ich Die Rettungskapseln sind nicht weit Ihr könnt es alleine schaffen, General Und was wird aus euch? Ich stelle mich meinem Schicksal Geht jetzt, mein Freund Bleibt wo ihr seid Ich bin Yadira Bar, Padawan des Jedi-Ordens Meine Aufgabe ist es, den General zu beschützen Und ich lasse euch nicht passieren Weg mit der Waffe Gib auf Gib mir was ich will, dann lasse ich dein Schiff unversehrt Das kann ich nicht tun Ein Jedi überlässt niemals Unschuldige in den Händen des Bösen Ich habe sogar vor, euch Meter für Meter zurückzudrängen, wenn es denn sein muss Genauso wie die Republik Das Sith-Imperium immer tiefer in die Galaxis drängt Du bist schon besiegt Wenn du es noch nicht bemerkt hast Das Imperium ist zurück Und wir werden euch vernichten Ihr könnt uns nicht vernichten Ebenso wenig wie ein Schatten denjenigen vernichten kann, der ihn geworfen hat Oh, wer greift uns zuerst an? Also freut mich hier vor Aber weiter lasse ich euch nicht Wo ist er denn da? Ihr werdet nicht gewinnen Das schwöre ich euch Ah, das würd ich nicht so sagen Ah, das würd ich nicht so sagen Steh auf, junger Mann Komm, Leute, das packen wir Ihr werdet nicht gewinnen, das schwöre ich euch. Ein Stück zurück, ein Stück zurück, zurück, zurück. So eine Feige, tust du die Haut immer ab? Ihr werdet nicht gewinnen, das schwöre ich euch. Okay, wieder lieber zurück, zurück, zurück. Oh, mit aller Kraft. Ihr werdet nicht gewinnen, das schwöre ich euch. Zurück, 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 zurück. Wow. Dachte sie hätte ihre Attacke schon gemacht. Besiegt. Hm, ich brauche den ja nicht. So. Eine Spezialistin. Selbst die Frauen müssen hier den Krieg. Seht ihr Leute? So, 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 so. Ihr könnt die Waffen weglassen. Ich werde nicht fliehen. Da haben wir ihn doch endlich. Seht ihr verletzt? Seid ihr verletzt? Ich könnte dafür sorgen, dass ihr eure Eingeweide verliert. Ich brauche euch nicht lebendig. Ich bin mir der imperialen Vorgehensweise bezüglich meiner Person durchaus bewusst. Ich war General im imperialen Militärdienst. Haben sie euch das gesagt, als sie euch hierher schickten? Wussten sie das überhaupt? Ihr habt den Sith gedient. Warum hintergeht ihr das Imperium? Wenn ihr wüsstet, was ich weiß, würdet ihr verstehen. Wenn ihr hören würdet, was beide Seiten beabsichtigen, würdet auch ihr keinen neuen Krieg wollen. Sie entwickeln Waffen für den jüngsten Tag, Schilde, die ganze Planeten umschließen, Raketen, die die Sonnen verdunkeln, Republik und Imperium wollen ganze Welten vernichten, Zivilisationen auslöschen. Es wird anders als alles, was die Galaxis seit dem großen Hyperraumkrieg gesehen hat. Und es gibt kein Zurück mehr. Der sogenannte Friede ist bereits verloren. Es wird glorreich. Das wird ein gewaltiges Blut vergießen. Und ich werde ein Teil davon sein. Anfangs schon. Aber ihr werdet es nicht überleben. Niemand von uns wird das. Nun habt ihr mich. Mich, meinen Bauch voller Blut, mein Implantat voller Kybernetik-Geheimnisse und gestohlener Pläne. Was habt ihr nun vor? Ihr seid mein Gefangener. Ich töte euch. Ich bringe euch an Bord meines Schiffs. Von dort aus werdet ihr nach Drum und Kars gebracht und gelangt in Gewahrsam des Imperiums. Wo ich dann gefoltert oder hingerichtet werde? Oder im besten Falle für den Rest meines Lebens in einer Zelle sitze? Aber da es auch keinen Ort in der Galaxis gibt, wo ich mich verstecken könnte, folge ich euch. So, jetzt müssen wir zurück zum Holo-Terminal. Ich hoffe, ihr hättet Spaß mit diesen Monster-Folgen. Und, ja, Moment. So, und, ähm, bitte nicht aufregen, wenn ich ein wenig noobig war. Wie gesagt, ich bin nicht der Oberle, äh, MMOler. Ich mach das eher nur zum Spaß. Und Star Wars eben, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Und hattet Spaß, aber jetzt geht es erstmal weiter, natürlich. Verbindung gesichert. Ich habe einen Gefangenen. Auf zur Brücke. Es rum ist hier noch gewaltig. Also ihr seht's. Backbord, Hangar Deck. Fast geschafft. Da hinten ist unser Schiff. Oh, nicht gut. Ist hier ein Raumschiff drin abgestürzt, habt ihr das gesehen? Eieieiei, die Lage ist mehr als kritisch. Back hier. Geschafft. Der General. Der hat wieder gefangen genommen, beziehungsweise auf ihn aufgepasst. Er hat sich's ja selber so ausgesucht. Und jetzt zurück zu Dromo und Kars. Das Baras wird bestimmt stolz auf uns sein, Freunde. Die Helden des Tages kehren zurück. Willkommen zurück. Meine Männer werden den General in die Arrestzelle bringen. Herzlichen Glückwunsch. Ich hätte nicht gedacht, dass die Mission so sauber über die Bühne geht. Problemlos. Problemlos. Gerne. Wie gut, dass ich meine Freunde an Bord der Backtellen erreichen kann. Der Droide hat mich über eure Arbeit unterrichtet. Aber ich wollte es gern von euch selbst hören. Wie verlief der Angriff? Mission erfolgreich. Die Brantelstar wurde ausgeschaltet und der General gefasst. Er wird schon bald in euren Händen sein. Sehr gut. Sollen sich Korriban und der Aprilale Geheimdienst um ihn kümmern. Ihr könnt stolz sein. Dies ist nur eine von vielen Operationen, die wir in der ganzen Galaxis abwickeln. Ein neuer Anfang des Krieges. Der General war eine der wichtigsten Waffen, die die Republik besaß. Ein Überläufer. Ihr habt ihn aus den Händen des Feindes entrissen. Ich werde das nicht vergessen. Und ich sorge für eure Belohnung. Es war mir eine Ehre. Kein Problem. Genauso verdiene ich mir meinen Lebensunterhalt. Sicherlich. Und das Imperium kann stets weitere, aufupfungsvolle Söldner gebrauchen. Aber meine Worte sind belanglos. Schon bald werdet ihr unsere Heimatwelt erreichen und mit eigenen Augen sehen, wofür ihr kämpft. Das sollte inspirierend sein. Genießt den Rest unserer Reise. Kiran Ende. Neuer Codex. Eintrag standhafter. Ach, na, komm. Ja, hallo. Ja, Leute. Wir sind jetzt am Ende unseres Flashpoints angelangt. Jetzt warten wir nur noch, dass der gute Manhattan auch annimmt. Und dann dürften wir eigentlich unsere spannende Reise mit Darth Sparrows fortsetzen. Oh, ich glaube, ich bin der, ich bin der, ich bin der, ich bin der, auf dem alle warten. Ja, nach Drum und Kass. Das war der Flashpoint. Ein bisschen, ein bisschen anders hätte ich mir das vorgestellt, als ich ein bisschen erfolgreicher bin. Bei den ersten zwei Runden habe ich ja gedacht, ich kann das alleine bändigen. Bändigen, ich Idiot. Dabei hätte ich mir schon denken können, dass das ja Flashpoint sind, die ja für Gruppen, also, ne? Ähm, 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 ähm. Ähm, 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 ähm. Die können wir ja gerne alle als Freunde hinzufügen. So. So, wir haben 1442 Erfahrungspunkte bekommen und sind jetzt mit der Reise fertig. Ne, 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 ich möchte kein Gesprächs mehr beginnen. So, wir verlassen jetzt mal die Gruppe. Wie mache ich das? Gruppe, 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 verlassen. So, muss man den hier noch ansprechen? Das hatten wir alles schon. Ich komme wieder. So, dann geht's zurück nach Dromun Kaas, unserem Heimatplaneten. Und dann sind wir eigentlich schon fertig. Wir sind jetzt Level 12 schon. Juhu. Jetzt müssen wir, glaube ich, die nächste Quest von Dust Burrows absolvieren. Und dann können wir endlich Level 13 werden und eine Hose kaufen. Juhu. Das freut mich doch. So, den Balken noch durchladen lassen. Und dann dürfte es endlich wieder in der Heimat weitergehen. Wir haben viel auf dieser Reise gelernt. Wir sind jetzt ein, äh, weil, oh. Oh nein, die Verbindung zum Server wurde getrennt. Kommt mir auch ganz recht. Eigentlich wieder so ein typischer Fail. Ich wollte die Folge jetzt so und so beenden. Oder die Folgen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Übrigens, ihr könnt nochmal sehen, auf welchen Server ich hier spiele. Mehr sage ich dazu nicht. Ich wünsche euch, wie gesagt, noch viel Spaß. Die Galaxis wird natürlich bald wieder unser Heimatort sein. Und die Macht soll mit euch sein. Auf Wiedersehen und Tschüss, Tschüss. Und danke fürs Zusehen. Bitte keine bösen Kommentare unter meinen Videos. Ich weiß, es war teilweise ein bisschen nubig. Aber was nicht ist, kann dann auf Erden, ne? Tschüss.